Gil Opharim, bitteres Karriere aus nach Prozessskandal? Gil Opharim gestand vor Gericht ein, sich die Antisemitismus-Vorwürfe nur ausgedacht zu haben. Doch was bedeutet der Prozessskandal für seine Karriere? Gil Opharim, Antisemitismus-Vorwürfe waren gelogen, wie geht es für ihn weiter? Was hat sich Gil Opharim, 43, bloß dabei gedacht? Eine Frage, die sich in den letzten Stunden wohl einige Menschen gefragt haben dürften. Vor knapp zwei Jahren erhob der Sänger schwere Antisemitismus-Vorwürfe gegen einen Leipziger Hotelmitarbeiter, der ihn angeblich wegen seiner David-Sternkette beleidigt hätte. Das Ganze schlug hohe Wellen, Gil Opharim sprach in zahlreichen TV-Interviews über den Vorfall. Der besagte Mitarbeiter Herwe bestritt von Anfang an alle Anschuldigungen und das Ganze landete vor Gericht. Seit dem 7. November verantwortete sich der Musiker vor dem Leipziger Gericht wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und Verleumdung und beteuerte noch wenige Tage vor Prozessbeginn gegenüber Welt am Sonntag, dass sich alles so wie geschildert zugetragen hätte. Punkt doch am 28. November gab es die skandalöse Wende, als Gil Opharim plötzlich ein knappes Geständnis ablegte und zugab, die Vorwürfe, der Staatsanwaltschaft, Anmerkung. Ich habe das Video gelöscht. Ein Schock für alle Anwesenden, aber auch für zahlreiche User im Netz und für Pommis, die, wie beispielsweise Oliver Pocher, 45, bereits öffentlich mit Opharim abrechneten. Punkt steht seine Karriere jetzt vor dem Aus? Was aber bedeuten der Skandal und die Antisemitismus-Lüge für die Karriere von Gil Opharim? Dass das Image des 43-Jährigen nach dem Schuldeingeständnis schwer angekratzt ist, erklärt sich wohl von selbst. Der Shitstorm bei X, ehemals Vitter, ist enorm und auch so ist es wohl aktuell nur schwer vorstellbar, dass der Musiker in naher Zukunft möglicherweise wieder in TV-Shows wie einst bei Let's Dance oder The Masked Singer zu sehen sein wird. Anstatt die Flucht nach vorn anzutreten und sich auch seinen Followern gegenüber offen und ehrlich zu dem Prozess zu äußern, der aktivierte Gil Opharim seinen Instagram-Account lieber. Ob er sich nun vorerst zurückziehen wird und wie es für ihn weitergeht? Bislang unklar. Gil Opharim, Sendi Meier, Wölben und Co. sind entsetzt, menschlich enttäuscht. Punkt nach Gil Opharims Geständnis, die antisemitische Beleidigung im Oktober 2021 nur erfunden zu haben, äußern sich seine Promifreunde erstmals zu dem Skandal. Sie sind enttäuscht, empört und schockiert. Punkt zwei Jahre zu spät, Gil Opharim gesteht Lüge vor Gericht. Mit dieser Wende im Davidstern-Prozess von Gil Opharim, 41, hatte wohl niemand gerechnet, zwei Jahre nach dem Vorfall am Der Westen Hotel, in dem der Musiker angeblich antisemitisch beleidigt worden war, gab er am 28. November vor dem Landgericht Leipzig zu, sich die Geschichte nur ausgedacht zu haben. Ein Schock für seine Fans, Freunde und all diejenigen, die ihre Stimme für den Sänger erhoben hatten. Immerhin kämpfte Gil Opharim jahrelang für seine Gerechtigkeit, trat in mehreren TV-Formaten auf, um auf Deutschlands Antisemitismus-Problem aufmerksam zu machen, alles auf der Grundlage seiner Lüge, die er immer wieder neu mit glasigen Augen vortrug. Er hatte sie alle getäuscht ausrufezeichen.enttäuscht, entsetzt, schockiert, so reagieren seine Freunde. Bis zu diesem Tag hatte Gil Opharim auch einige prominente Stimmen auf seiner Seite, doch nachdem er diese ebenso wie den Rest der Öffentlichkeit an der Nase herumgeführt hat, distanzierten sie sich vom früheren Let's Dance-Sieger, darunter Cindy Meyer-Wölten, 40, Susan Sideropoulos, 43, und Julian F. M. Stöcke, 36. Gegenüber Bild äußerte sich Model Alessandra Meyer-Wölten tief verletzt über die Opharim-Lüge. Ich kenne Gil schon länger und bin menschlich enttäuscht von ihm. In diesen schwierigen Zeiten existiert echter und abscheulicher Antisemitismus in Deutschland, weltweit. Ich hoffe, dass so ein menschliches Versagen und Irren, ein Egoanfall, genau als solches gesehen wird und nicht wie heutzutage allzu üblich in die Antisemitismus-Debatte eingemischt wird. Es gibt leider genug echte, drückende Probleme für die jüdische Gemeinde in Deutschland, da braucht es keinen, der welche dazu erfindet. Ihr Mitgefühl gilt der einzig und allein dem Leipziger Hotelpersonal. Auch GZSZ-Star Susan Sideropoulos Bezogstellung zu Gil Opharims Lügengeschichte, es ist unglaublich traurig und beschämend, dass es Menschen gibt, die große Missstände und Leidthemen, wie Antisemitismus, Rassismus und Unterdrückung in jeglicher Form, ausnutzen, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Dadurch verlieren die Opfer bei echten Vorfällen ihre Glaubwürdigkeit, und das darf nicht passieren. Sie bereue es dennoch nicht, ihm zu Beginn geglaubt und ihrer Unterstützung ausgesprochen zu haben. Reality-TV-Star Julian FM Stöckel wurde da schon etwas deutlicher. Gegenüber Bild erklärte er, ich habe mich natürlich damals, als ich das Video von Gil Opharim sah, sofort auf seine Seite gestellt. Allein deshalb, weil ich seinen Vater Abi durch eine gemeinsame Freundin kenne. Natürlich bin ich maßlos darüber enttäuscht und entsetzt, dass man als Person des öffentlichen Lebens, wo man eine Vorbildfunktion hat, ein derartig schweres Thema zu einer perfiden Instagram-Story nutzt. Ich bin eigentlich mehr als schockiert. Bitterer Vorwurf, du hast eine PR-Tuson dergleichen gemacht. Das Schuldeingeständnis von Gil Opharim löste Fassungslosigkeit und Empörung aus und der Musiker sieht sich im Netz mit einem heftigen Shitstorm konfrontiert. Seinen Instagram-Account hatte er, wahrscheinlich aufgrund der Negativreaktionen, kurz nach dem Prozessskandal deaktiviert. Und nun meldete sich auch Comedian Oliver Pocher, 45, zu dem Thema zu Wortpunkt in einer seiner neuesten Bildschirmkontrollen ging Oliver Pocher im Detail auf den Fall Gil Opharim ein und übte deutliche Kritik an dem Musiker, das ist schon an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Du hast eine PR-Tuson dergleichen gemacht, wirft der 45-Jährige dem Sänger vor und zeigt im Anschluss einige Ausschnitte aus diversen TV-Interviews. Schon kurz nachdem Opharim sein Skandal-Video vor zwei Jahren ins Netz gestellt hatte, hatte Olli öffentlich seine Zweifel geäußert und das Ganze in einem eigenen Video parodiert. Er meint, ich hatte schon damals meine Zweifel, weil ich kenne dich, du fühlst dich schon ein bisschen geiler als die meisten anderen und so richtig habe ich diese nicht rausgedrückten Tränen nicht angenommen. Weiter meint Oliver Pocher, ich habe keine Ahnung, wie man auf so eine Nummer kommt. Manchmal muss man auch wissen, wenn man gelogen hat und die Karte ausgespielt ist. Man sollte auch mal die Wahrheit sagen, aber das ist ja eh ein bisschen schwieriger bei dir.